Wie bekomme ich einen Freund? Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist der Wieskamadeva, ich bin dein Mann, du wahrscheinlich eine Frau, du suchst einen Freund, ich weiß, wie du einen Freund bekommst und das werde ich dir innerhalb dieses Videos erklären. Worum geht's? Na ja, wenn wir mal ehrlich sind, sehr viele Frauen, egal in welchem Alter, ob sie jetzt 15 sind, 20, 35, 40, 50, teilweise 60 oder älter, sie suchen einen Partner, einen Freund, einen Lebensgefährten, einen Lebensabschnittsgefährten und welche Namen man da noch so für hat. Es ist auch ganz natürlich, ich meine, wir Menschen sehen uns alle nach einer intimen Beziehung, sehen uns nach Liebe, Geborgenheit, jemandem, mit dem wir unsere Zeit verbringen können, jemandem, der wird uns durch dick und dünn gehen, mit dem wir etwas aufbauen können, den wir lieben können, der uns liebt und so weiter und so weiter. Das Problem dabei ist bloß, dass es immer mehr Singles gibt, immer weniger Beziehungen, Ehen und solche Dinge halten wirklich langfristig. Das heißt, es gibt immer mehr Scheidungen, immer mehr Trennungen und einhergehend gibt es auch immer mehr Schwierigkeiten, einen neuen Partner zu finden. Denn früher, zu der Zeit von meiner Oma zum Beispiel, da war es noch ganz klar geregelt, es gab einen Tanzabend auf dem Land oder in der Stadt und die Frauen saßen dort, die Männer sind gekommen, haben die Frauen zum Tanzen aufgefordert, haben sie dann gegebenenfalls abends nach Hause geleitet, haben sie dann ein paar Mal wieder getroffen und es war ganz klar, dass es diesen Weg zu gehen hat. Heutzutage ist es für einen Mann sehr schwierig, eine Frau anzusprechen. Man geht hin, man sagt irgendetwas, dann weiß man nicht, kriegt man eine Abfuhr, ist es vielleicht schon zu sexistisch, ist es vielleicht zu weich. Was wollen Frauen überhaupt, wissen wir Männer nicht genau. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Frauen auch gar nicht genau wissen, was wollen denn Männer überhaupt. Wollen sie eine Hure, wollen sie eine Madonna, wollen sie eine Müsse aus Beidem, wollen sie eine gute Mutter, wollen sie einen freudigen Koch, die einen schönen Hintern hat. Was wollen Männer denn überhaupt? Und deswegen gibt es dann natürlich aufgrund der Tatsache, dass es immer komplexer wird, dieses ganze Thema, immer mehr Schwierigkeiten und potenzielle Stolpersteine. Als wichtigster Faktor ist es meiner Meinung nach zu beachten, wenn du einen Freund haben möchtest, dass du dir erstmal fragst, okay, was ist denn meine Zielgruppe? Das heißt, welche Art Freund, welche Art von Mann möchtest du denn in deinem Leben haben? Das heißt, was für einen Bildungsstand soll er haben, was für einen Job soll er haben, soll er sportlich sein, wie viel soll er verdienen, wo soll er herkommen, wie soll er aussehen, was für Hobbys soll er haben, was für Musik soll er hören, was für Leidenschaft soll er haben und so weiter und so weiter und so weiter. Also da eine relativ genaue Vorstellung davon zu machen, wie dieser Mann sein sollte im Optimalfall. Und da kannst du ruhig dir so den Mann raussuchen, den du gerne hättest, so den absolut Traummann. Wie sollte der sein? So weit ist es nichts Neues. Aber es gibt etwas, was du danach machen musst, was unabdingbar für deinen Erfolg ist. Und zwar ist es wichtig, dass du dir dann die Frage stellst, was für eine Art Frau will dein eben modellierter Traummann denn überhaupt haben? Das heißt, was ist die Zielgruppe deiner Zielgruppe? Wie müsstest du sein, von deiner Persönlichkeit her, dass du einen Mann, wie du ihn dir wünschst, ganz natürlich anziehst? Das heißt, auf was für einen Typ Frau steht dieser Mann, den du gerne haben möchtest? Das ist ganz wichtig, dich zu fragen. Und dann ist es auch wichtig, dass du dich fragst, möchtest du überhaupt diese Art von Frau sein? Kannst du überhaupt diese Art von Frau sein? Und welche Schritte müsstest du gehen, um diese Art von Frau zu werden? Ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einer Leserin aus meinem Newsletter, die in ihren Chef verknallt. Sie hätte gerne ihren Chef. Und ihr Chef hat ihr aber schon gesagt, dass sie sich kindisch verhält und dass sie sich ja dann nicht wirklich erwachsen verhält. In der E-Mail, die sie mir geschrieben hat, war ihre Rechtsschreibung sehr schlecht und noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, schau mal, ich kann das absolut verstehen, dass du einen Mann haben möchtest, wie dein Chef. Aber dein Chef wahrscheinlich möchte eine Frau haben, die sehr gebildet ist, die repräsentativ ist, die sich erwachsen verhalten kann, die er vorzeigen kann und so weiter und so weiter. Und allein durch die E-Mail, die du mir geschrieben hast, hast du mir einige Gründe gegeben, diese Charaktereigenschaften anzuzweifeln. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht hast oder nicht entwickeln kannst, aber du musst eben was dafür tun. Und dann habe ich hier drei Bücher empfohlen. Drei Bücher über das Leben generell, über Zeitmanagement, über Erfolg und so weiter, damit sie da erstmal eine grundlegend andere Ansicht zu dem Thema bekommen. Denn jeder Mensch kann sich natürlich entwickeln und genau das ist ja das Spannende dabei. Das heißt, frag dich, was für einen Mann möchtest du haben? Was für eine Frau möchte dieser Mann haben? Und was müsstest du tun, um diese Frau zu werden bzw. möchtest du überhaupt diese Frau werden? Es gibt natürlich noch ein paar andere Faktoren, die wichtig sind, wenn es darum geht, einen Mann verliebt zu machen, einen Freund zu finden und so weiter. Ich habe ein längeres Video für dich aufgenommen, ein etwas längeres Video, was ich dir gerne kostenlos zukommen lassen möchte. Wenn du dieses kostenlose Video haben möchtest, ich muss dich ergeben, dass du es auch tatsächlich haben möchtest, kannst du es ja nicht einfach so schicken, kannst du einfach unterhalten dieses Videos auf den Link in der Beschreibung klicken. Da wirst du mehr darüber erfahren, welche Schritte du gehen kannst, welche Schritte du gehen solltest. Da erkläre ich dir den 3-Schritte-Plan, wie du einen neuen Partner, einen neuen Freund finden kannst und da wirst du auf jeden Fall eine Menge Sachen lernen können. Zusätzlich würde ich mich freuen, wenn du mir unterhalb dieses Videos einen Kommentar schreibst, wie dir das Video gefallen hat, was für Fragen du hast, was du gerne zukünftig lernen würdest und was ich sonst so an dem Thema Partnerschaft, Männer, Beziehungen, Dating, Flirten und so weiter alles noch interessiert. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, alles Gute.